Fuß, Digga. Alter, Digga, mein Gegner, ne? Du, Digga, willst du dich verarschen? Nee. Noch nicht 50. Ich hab 50 geschafft. 50 in ein Spiel. Ja, also 50-50 einfach schnell. Zwei Spiele. Wie hast du 50 Tore in ein Spiel, ne? Ja, Digga, Anfänger. Ja, ich auch gerade. Ich hab gerade 20. In einem Spiel? In... Nee. Ich hab gerade 21 oder 26. Ja, geht doch. Mach 30 pro Spiel und du machst drei Spiele, ist auch okay. Ey, ich geh auch. Leute. Warum? Ja, weil ich bin nur am Längen und ich warte, bis man am Spielen kann. Ich check nicht, warum Digga einfach eine bessere Internetverbindung hat als 2. Nicht umsonst zu den Topscorer in der Liga. Also das ist eine beeindruckende Ausbeute. Ich will doch nicht zu dem Spielen, Mann. Fack mich doch nicht ab, Digga. Das verspricht eine sehr interessante Meldung zu werden. Und hier sehen wir, wer die gesamte Arm, wer einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Wald ganz cool im Tor unterzubringen. Wie kann man so viel Glück haben? Digga, ich verstehe es nicht. Das ist eine gute Entscheidung. Ich habe einen Traum mit allen, ich sehe. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Ja, er hatte Ball im eigenen Sechzehner. Und nervend. Manni ist das. Sadio Manni. Der überläuft doch einfach. Überläuft doch einmal, Digga. Neymar. Guei geht dazwischen. Junge, ne, Digga. Du kannst nicht so viel Glück haben. Das ist gar nicht möglich, Digga. Sporting mit jeder Menge vorwärts dran. Geh, 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 geh. Natürlich. Natürlich fängt er den Ball wieder auf, Digga. Und ich kotze hier gleich so hin, Digga. War nichts. Es gibt Elfmeter. Ich hasse dieses Spiel so unglaublich hart, ne. Es war so Ball gespielt, Digga. Ich hab ihn, ja, verdient, hab ich ihn auch verdient, weil es einfach nur Ball gespielt war, Digga. Komm, Kay, das machst du, Alter. Ja, Digga. Komm schon. 1-0, Alter. Ball bei Neymar. Ja, nochmal erstmal den Ball. Zurück auf Neymar. Lauf, 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 lauf. Mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter, bitte. Viel zu langsam, Digga. Sie suchen die Lücke. Gut gemacht, gutes Technik. Ja, so langsam. Jetzt, Alexandro. Den Ball kann er abfangen. Neymar, Ball. Pass erneut zu Werner. Super gemacht, gute Verteidigung. Ja, let's go. Jetzt geh, 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 geh. Was macht der? Er ist umfasst. Er hält ihn. Ne, hä? Da ist der Ball weg. Ja, ich checke hier, oder? Ich denke. Da hat sie den Ball. Ja. Strong, Digga. Let's go. Die Blackheads geben den Ball. Jetzt geh, 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 geh. Nein, oh mein Gott. Wo läuft Rashford hin? Digga, ins Nirgendwo einfach. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie hier knapp hinten liegen. Viel versprechender Spielaufbau. Sanchez. Mertens jetzt. Ja, 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 ja. Ey, jetzt ist es auch eine Bitte, mach ihn. Nee, nee. Digga, er hat so viel Glück. Er hat so unglaublich viel Glück. Holy shit, Digga. Holy shit. Ja, nee. Mit Auge. Ja, Spaz. Geh, einfach geh. Abgefangen. Ja, let's go, Digga. Ja, 2-0 und Ragequit, Digga. Fick dich, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, wie kann ich den nicht reinmachen? Ich führe 1-0, Digga, ich habe so ein knappes Ding nicht reingemacht. Digga, mein Gegner, ne? Er hat wirklich alle, er hat nicht einen Tor-Schuss, Digga. Ich lasse ihn gar nicht vor, Stalker. Ich bin so gut im Defendung, Digga. Komm jetzt, Alter, komm, Jay. Und damit gehen wir wieder rein in die Partie. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Nur Neymar. Seine Beste sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Mané. Lass den Ball laufen, aber jetzt brauchen sie auch mal einen Zug zum Tor. Okay, schuss. Der Ball läuft richtig gut. Mané. Schuss. Oh mein Gott, Digga, come on. Lauf, lauf. Ja, Vignetta, come on, Alter. Nehmer mit. Nehmer mit. Van Dei Gate von ihm, nice. Marquinhos, jetzt. Sergei Milinkovic, Savic. Was macht er draus? Ja. 2-0, Alter. Renato Sanchez. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich selbst vor Ort. Weißt du. Come on, Mann. Hey, danke, Kino. Wie stehst du? Wie stehst du? 3-0. Nice. Boah, Junge. Der hat einen Torschuss jetzt. Der war richtig gefährlich. Scheiße. Muss ich haben. Yes. Nein, nein, nein. Es war niemand da. Alter, ob Junge. Timo Werner. Scheiße. Wir könnten sich noch befreien. Wir sind jetzt hier in der Wiederholung. Aber es geht der nicht genug. Und dann gibt es die nächste Chance. Und dann macht er das Tor. Strafe für den schwachen Befreiungsstand. Wey. Sanchez. Karner, bitte mal. Ja. Da lasse den Ball gut laufen. Mané. Pass kommt vor Mané. Werner. Werner. Wey. Sanchez. Wie big is the rack and cheese? Super pass. Klasse gespielt. Guter steif pass. So gerade eben noch geklärt. Dann wär's fast passiert. How big is the plate? Neymar. Da haben sie Platz jetzt. Vielleicht der Konter. Und dann fällt der Konter. Ich bin gespannt, was hier nach dem 2-3 passiert. Das ist wirklich gut. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Es wird noch hochinteressant. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und dann bringt er diesen strammten Schuss aus der Mitteldistanz. Sodass der Keeper ohne Chance ist. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Und dann ist er noch ein paar Mal. Ah, da wäre jetzt Platz. Neymar! Mit ihrem Pressing erkämpfen sie sich hier dieses Tor. Und Wolf, da siehst du es wieder. Diese Taktik ist extrem effektiv. Wenn du dem Gegner überhaupt keine Räume gibst, wenn du ihn sofort einschnürzt. Wenn jeder. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Und nun mehrmals Sadio Mane. Er passt auf! Conte. Armball, Werner. Sporting kommt. Conte. Conte. Zurück auf Neymar. Conte ist das. Kylian Mbappé Lothar. Conte am Ball. Mbappé! Da ist Pogba. Er holt sich den Ball. Sehr gut, gestillt. 2-3. Jetzt vielleicht die Chance für den Conta. Schöne mich. Conte Chance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Schieß mich direkt, du fett. Sack, Nigger. Timo Werner. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Ah je, 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 nein. Oh mein Gott, Digga, der war fast. Fast beim Gegner. Puts. Ja, das könnte was werden jetzt. Sie werden sich verarschen. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Sie brauchen hier dringend ein Zort. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Mbappé. Ball bei Neymar. Neymar. Und nun Pogba. Noo. Enormes Laufbensum, er geht hier weiter wege um sich den Ball zu holen. How do you mess up? Ben, you knew? You knew? Nachspielzeit ist angezeigt, es gibt noch eine Minute oben drauf. Und wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, das wollten sie... OOOOOOOOH! Eine Minute Nachspielzeit! Come on! Wenn jeder, Digga! Wer sonst? Alter, ich clip das, Junge, das war so ein Intensspiel, ne? Oh mein Gott! Hast du erschrocken? Ich dachte, Digga, du warst auf einmal richtig leise und dann aaaaaaah! Alter, Junge! Alter, was ein knappes Spiel, ich hätte fast reingekackt, Alter! Junge, auch sein Team, er hat jeden Schuss reingemacht, ne? Er hat drei Schüsse drei reingemacht, Neymar, Mape, Werner, Mané, Pogba, Kanté, Van Dijk, Varane, Monique, Carlos, Alberto, Eiken und Elison, Tor, Digga! Der hatte alle, Alter! Junge! Come on! Junge! 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 Junge!